In einer verfluchten Welt, in der die Flammen des Krieges niemals versiegten, gab es das Imperium. Sie besaßen unzählige Magier und brillante Militärstrategen. Aber sie waren von allen Seiten von starken, potenziellen Feinden umgeben. Aus diesem Grund entwickelten sie eine Strategie namens Plan 315. Ich bitte dich, oh Herr, gib mir die Kraft, die Feinde des Vaterlandes zu vernichten. Leutnant Tanja, die Gretscher. Was für eine beeindruckende Patriotin sie doch ist. Wer so wie sie Zeit zum Quatschen hat, hat meiner Meinung nach zu wenig gekämpft. Ist sie der Teufel? Ungehorsam kann und werde ich zu keiner Zeit dulden, verstanden? Sie sieht aus wie ein kleines Mädchen, ist aber ein Monster. Untertitelung des ZDF für funk, 2017